Willkommen bei MayartKV. So ist mein Name. Gut, ähm, eee, eee, so. Gut. Okay, in welche Richtung geht es? Ich muss das Segel in diese Richtung setzen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Oder ob ich das Segel noch mehr in die Richtung setzen muss. Ich habe das Gefühl, ich stehe still. So, Batterie ist ja voll. Also, die Richtung ist schon ganz gut. Ich habe nur irgendwo eine Blockade. Das wird schon. Gut, okay. Dann habe ich jetzt hier schon mal wieder ein bisschen freigeräumt. Das Ding ist leer. Ich kann das hier wieder aufräumen. In meinen alten Netzen. Schön, dass sie noch so lange leben. Es ist ja nicht gang und gäbe, dass man das, was so lange hält, was man gerade, ja, was so viel gebraucht ist. Da ist auch noch Kisten und so weiter. Passt mir ganz gut. Was essen muss ich. Und was trinken. Und ich muss neue Tauben fangen. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier einen Taubenschlag bekomme. Taubchen, Vögelchen, Möwen. Halt, wie weit muss ich denn hier rum? Stimmt, das war ja hier. Cool Also das habe ich schon gut drauf langsam Okay Die Federn können jetzt hier runter Das Fleisch kann hier rein Und jetzt kann ich mal gucken Die große Anbaufläche Für Bäume Brauche ich auf jeden Fall auch Nägel Ach Gottchen Ich brauche für alles Nägel Ich werde mal die große Anbaufläche machen Und das Fleisch angrillen So Nägel Mache ich mal Nägel mehr Große Anbaufläche Ja Ist schon soweit okay Gut Mal gucken Mache ich das Fehlt mir nur noch Also ich kriege auf jeden Fall vier raus Ich mache mal hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Eins Zwei Och Mensch Drei Gut die restlichen Nägel lasse ich mal drin Ja Komm mal hier rein Die restlichen Nägel Die kann man immer mal gebrauchen Das kann jetzt auch hier rein Das kann runter Gut Steinchen kommen da rein Und diese Plätzchen kommen ja auch weg Das nimmt mir auch ein bisschen Platz weg Ich weiß gar nicht mehr rum Gut Ähm Seile Auch hier rein Das kann ja runter So Jetzt habe ich hier ein bisschen Platz und Luft zum Atmen Dann gehe ich jetzt nach oben Und baue jetzt noch weitere Anbauflächen hin Mache ich mal hier so Wenn ich mehr Schrott habe Kann ich auch mehr Nägel machen Und dann habe ich auch genug Reserven So Super Dann kommt hier noch eins Auf jeden Fall musste so eine Art Gang bleiben Gut Wo ist das hier Dann mache ich das Ihr könnt euch schon denken was ich jetzt vorhabe Was habe ich eigentlich vor Ah das habe ich vor Ich will Bäume legen Äh setzen Hinstellen Machen Tun Aber ich habe unten noch eine Birke Irgendetwas Das habe ich vorhin erst gesehen Das weiß ich Da ist er Da ist er Die werde ich oben hinsetzen Ich nehme mich natürlich gerne mit Ich nehme mich natürlich gerne mit Okay Weiter im Spiel Die Bauplantage weiter fortsetzen Und dann geht es auch schon wieder weiter Dann werde ich mal gucken Dann werde ich mal gucken ob ich die eine Insel erreichen kann oder nicht Das Wasser war eigentlich jetzt nicht für mich gedacht Neun Ich glaube neun sollten reichen Da kommt jetzt mal hier hoch Und das bleibt ja hier Ähm Ihr kommt auch hier hoch Du kommst auch da hoch Und ihr müsst dann wieder rein Ich muss euch dann wieder rein Boah wo bin ich denn lang Ich muss euch dann wieder rein legen In die kleine Falle Mache ich später Gut So 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 Okay Okay Die sind alle Das passt mir ganz gut Aber ich muss die Wasserflaschen auffüllen So Die trinke ich noch schnell aus So Wenn ich mal kurz still war Nicht wundern Ich musste gerade War gerade etwas irritiert Dass ich die Flasche nicht so richtig voll bekommen habe Die müssen jetzt wieder hoch Damit alles seine Ordnung hat Dann gucke ich mal nochmal nach Valboa Ob es überhaupt noch erreichbar ist Ich weiß jetzt ja nicht Ob man diese Insel nur einmal erreichen kann Oder mehrfach Kann ja alles möglich sein Ananas haben die Gölner unten Genauso wie Kokosnuss Und Mango Ah Das hat es wahrscheinlich Nicht umsonst Der drinnen gelassen Gut Dann gehe ich jetzt wieder nach unten Weil ich habe noch die zwei Schenke schon Gut Kohle ist drauf Und jetzt gucke ich mal nach Valboa Die Suche nach Valboa Irgendwie komme ich da nicht näher Habe ich das Gefühl Im Gegenteil Ich entferne mich So Och Mensch Geh doch mal Ach nö Oh Jetzt nähere ich mich wieder Ein besser Aber ist in Ordnung Valboa war damals schon beschissen Zu erreichen Warum soll es mir jetzt besser gehen Ja Dann habe ich schon mal die Baumform etwas vergrößert Muss mich mal kurz informieren Ähm Stimmt Ich wollte ja unten noch was machen Aber ich werde das mal mein Zeug wieder abladen Wie immer das gleiche Spiel Ja Bionalo Schaut mich hier gerade von der Seite an Vorne geht ja auch nicht Sonst müsste ich auf dem Bonitor sitzen Du bist übrigens gut gebraucht Ja Unser Katzenfisch Oh Unser Katze guckt mich an Oh Mein Kater sitzt neben mir Und schaut mir zu Wie ich was Ach Der Kater hat mit Geduld Ähm Ja Gut Die Kartoffel kann auch auf den Grill Und jetzt muss ich unten weitermachen Und zwar Ich möchte die Melonen Alles Alles mögliche abernten Das mache ich jetzt auch in der nächsten Folge Da diese Folge ja schon Ja Fertig ist Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Bis dann noch viel Spaß Und Tschüss